Herzlich willkommen zu Latein für Anfänger. Heute Achtung Verwechslungsgefahr. Bevor wir loslegen, check mal kurz deine Wortarten und vor allem, dass du sie auseinanderhalten kannst. Drück ruhig auch mal Pause. Alles klar soweit, dann mach dich bereit, es geht los. Heute habe ich dir Porta und Portare mitgebracht. Achtung Verwechslungsgefahr. Bei Porta denke ich an das Deutschwort Portal oder an das hier oder auch daran oder daran. Bei Portare denke ich an apportieren. Ganz klar, der Hund beringt etwas Portare steckt hier schon im Wort drin. Wer hat bemerkt, dass ich zwei Farben benutzt habe? Aha, Porta ist ein Substantiv. Portare ein Verb. Na und, sagen jetzt die Cleveren von beiden Wörtern, gibt es aber doch eine Form, die auf AS endet. Was tue ich? Keine Panik, ich erkläre es dir schnell. Portas ist nur dann Prädikat, wenn du keine andere konjugierte Verbform hast oder ein AD. In folgenden Satz ist das nicht der Fall. Temptant ist das Prädikat. Inimiki temptant. Die Feinde greifen an. Portas, du trägst, macht in diesem Kontext ja überhaupt gar keinen Sinn. Es heißt, die Feinde greifen die Tore der Stadt an. Portas ist also eindeutig Akkusativplural von Porta. Kapiert? Vinumen villam, Portas. Hier gibt es keine andere konjugierte Verbform. Portas muss also die zweite Person Singular von Portare sein. Du trägst den Wein in das Landhaus. Für die, die es nochmal schriftlich brauchen, hier die Übersetzungen von Porta, Portai und Portare. Ich hoffe, ihr habt was gelernt heute und kommt auch beim nächsten Mal wieder dazu. Das war Achtung Verwechslungsgefahr Latein für Anfänger.